Z.B. 2022 Wir sind jetzt zählte Z.B. 2022 Das ist ganz gut. Jetzt wird das Rot in der Laufnahme. Die Nähe ist noch gestaltet. Es ist ganz spannend. Hier sind die Backstelle im Hintergrund, ich glaube es ist hier hinter der Hecke auf der Wiese. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als die Sonne hier vorne ist, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen zu warm angelegt habe. Hier ist die Backstelle. Hier ist die Backstelle. Und das ist die, die hier nicht pfeift. Und hier ist auch noch eine. Hier ist die zweite Backstelle. So, ich gehe weiter. Vielleicht sehen Sie dann einmal. Hier ist jetzt etwas runtergefallen. Eigentlich. Wie? 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 Das ist der Bachstelz und ich setze sie jetzt erst zum Vogel an. So, das ist gut. Ich nehme meine Wüterhof, vielleicht komme ich noch mal auf die Kuhlöckchen. Vielen Dank. 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 Ich glaube, das ist ein Problem mit Familie, also mit Kindern.